Wenn das so weitergeht, dann gibt es für einige Orte in diesem Februar noch nicht mal Nachtfrost. Es ist extremst mild. Da wird zwar hier und da behauptet, das sei kein Mildwinter. Aber wenn das kein Mildwinter sein soll, was bitteschön ist es dann? Ich kann mich noch gut erinnern, im Sommer, was wurden die Langfrist-Wettermodelle gescholten? Das ECMWF und das CFS-Modell der NOA, weil sie einen Mildwinter vorhergesagt haben, ist gar nicht so schwer in diesen Zeiten, einen milden Winter vorherzusagen. Nur einige schaffen noch nicht mal das. Aber es ist letztendlich genauso gekommen. Es ist ein extrem milder Winter. Wir haben eine deutliche Abweichung nach oben. Ich kann es auch nicht ändern. Ich werde für diese Aussage auch nicht bezahlt von den Grünen oder sonst irgendjemand. Es sind nun mal die Fakten. Es ist ein milder Winter. Ich hätte es mir auch anders erhofft. Und dieser Februar setzt noch ein i-Tüpfelchen oben drauf. Es geht extremst mild in dieser Woche weiter. Zum Teil 14, 15 Grad. Das ist voll Frühlingswetter, liebe Freunde. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Rosenmontag hier bei wetter.net. Ja, solche Bilder werden wir in den kommenden Tagen überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Viele fragen sich mittlerweile, Winter, was ist das eigentlich? Seit zwei, drei Wochen ist es deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und das sehen wir auch hier an der Karte, an der Tabelle mit den Höchsttemperaturen von gestern Sonntag. Zum Teil knapp über 13 Grad wurden da schon wieder gemessen. Aber das wird in dieser Woche noch mal deutlich milder werden. Und es ist auch ziemlich nass wiederum. Das sind die Niederschläge seit gestern Morgen bis heute Morgen. Zum Teil auch hier in Bayern über 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und wo steckt nun dieser Februar 2024? Hier mal alle Februar Monate seit 1881 mit ihrer Durchschnittstemperatur. Und wir sehen, unser aktueller Februar ist ganz oben mit dabei. Er hat eine Durchschnittstemperatur von über 6,0 Grad Celsius und ist damit ganz vorne mit dabei. Also im Bereich der wärmsten Februar Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und da ist auch weiterhin keine große Abkühlung zu erwarten. Jegliche Spekulation über Polarwirbel, Arctic Outbreak ist wirklich totaler Blödsinn momentan. Da kommt einfach nichts. Wir schauen mal auf alle mittleren Temperaturen der Winter seit 1881. Unser aktueller Winter ist hier oben mit dabei. Auch hier gilt im Bereich der mildesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch das sind einfach nur Fakten. Ich kann sie nicht ändern. Ich kann sie eben hier nur zeigen. Da kann man auch kaum noch irgendwas schönreden oder in Abrede stellen. Wir schauen auf das Wetter vom heutigen Rosenmontag. Da ist ja richtig viel los. Auch bei uns hier vor der Haustür in Mainz geht es rund. Der Rosenmontagsumzug startet um 11.11 Uhr hier. Aber auch in Köln und Düsseldorf geht es rund heute. Und das Wetter eigentlich recht freundlich. Dichte Wolken, letzte Regenschauer ziehen dann ab. Vielleicht ein paar Regentropfen zur Mittagszeit. Aber kein Dauerregen wie am Altweiberdonnerstag. Und ansonsten viele Wolken hier und da. So ein bisschen Regen oder Regenschauer. Viel kommt da aber vom Himmel nicht runter. Und frieren müssen wir auch nicht. Temperaturen heute so um die 7 bis maximal 11 Grad. Ja und dann wird es immer wärmer. Wir gehen nochmal auf den Aschermittwoch und sehen dann, es kommt so ein richtiger Wärmeschwall aus Westeuropa reingeschwappt. Wir schauen mal nach Frankreich. Hier ist der Frühling voll ausgebrochen. 15 bis 20 Grad auf der Wetterkarte. Das können auch mal in Südfrankreich schon 22, 23 Grad werden. Und diese milde Luft schwappt am Aschermittwoch bei uns in den Westenrhein. Ein 11 bis 15 Grad werden da gemessen. Zum Donnerstag dann noch etwas wärmer. Flächendeckend fast zweistellige Höchsttemperaturen um 11 bis 16 oder 17 Grad. Nur im Norden bleibt es mit 4 bis 8 Grad etwas kühler. Aber auch die 4 bis 8 Grad sind natürlich deutlich zu weit oben für die aktuelle Jahreszeit. Und diese Temperaturen, die passen eigentlich eher Ende März, Anfang April insgesamt Bild hinein. Und zum Freitag ebenfalls sehr mild Temperaturen um die 10 bis 16, 17 Grad erneut. Der Mildwinter dreht also nochmal so richtig auf. Und wir sehen auch eindeutig in der Ensemble-Prognose, es hilft nichts ständig Hoffnung zu machen allen Winterfreunden. Seit Wochen sagen wir es hier, die Ensemble-Prognosen geben einfach kein Winterwetter her. Da muss man schon ein guter Märchenerzähler sein, um da irgendwie Winter finden zu können. Ich würde ihn ja auch gerne finden, aber wer sieht denn hier irgendwelches Winterwetter? Wie immer wird es noch milder. Es kommt ein neuer Wärmeberg und eine Abkühlung wird schon wieder nach hinten raus weggeschoben. Ist ja auch ganz normal. Die Wettermodelle haben ihre Probleme mit dieser Wetterlage. Normalerweise Februar ein kalter Monat. Deswegen wird hinten raus immer wieder versucht, eine Abkühlung zu berechnen. Aber die wird von Tag zu Tag weiter nach hinten weggeschoben. Und mittlerweile sind wir schon hier mit der Ensemble-Prognose am 27. bis 28. Februar, also fast am Monatsende angekommen, hier für Hannover. Und da sehen wir mit Winterwetter, mit Dauerfrost und der Schneedecke wird das nichts mehr werden. Und dazu immer wieder Regensignale. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier ist im Grunde nichts zu erwarten in diesem Februar noch in Sachen Winterwetter. Es geht extremst mild weiter. Nochmal ein neuer Wärmeberg. Es geht rauf auf bis zu 10, 11, 12 Grad. Danach wieder das gleiche Spiel, worauf manche immer wieder reinfallen auf eine mögliche Abkühlung. Aber auch die fällt ja eher moderat aus. 5, 7, 8 Grad. Was ist das für eine kühle Wetterlage im Februar? Bitte schön, überhaupt keine. Und wir schauen hier auf Niederschläge. Es geht insgesamt sehr nass weiter. Dazu der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Rosenmontag. Aus Westen milde Luftmassen, die immer wieder herantransportiert werden. Und die Kälte bleibt weit von uns fern. Dazu der Blick auf die heutige Karte vom Rosenmontag. Zunächst noch ein paar Regenschauer, später trocken. Nach Osten einzelne Schauer und die Temperaturen 6 bis maximal 10 Grad. In der kommenden Nacht, da gehen die Werte so auf 3 bis 1 Grad zurück. Da lockert es vor allen Dingen im Norden zeitweise etwas auf. In der Mitte kann es noch etwas Regen geben. Nach Süden insgesamt mehr Wolken. Dann morgen zum letzten Märchen treiben. Noch mal relativ mild, 7 bis 11 Grad. Ab und zu lässt sich auch mal die Sonne blicken. Nur im Norden bleibt es zum Teil stärker bewölkt. Der Valentinstag ziemlich verregnet. Kuschelwetter, wobei Kuscheln bei 8 bis 13 Grad, na ja, das hält sich noch in Grenzen. So kalt ist es hier eigentlich gar nicht, dass man kuscheln müsste. Und dieses milde Wetter bleibt uns auch am Donnerstag und am Freitag erhalten. Am Donnerstag sogar 8 bis satte 15 Grad. Im süddeutschen Raum 16, 17 Grad. Auch am Niederrhein bis zu 16 Grad. Temperaturen wie Ende März, Anfang April mittendrin nach Osten. Auch mal etwas Regen. Und der Freitag bringt keine große Wetteränderung. Ein warmer Regen über Deutschland. 11 bis 14 Grad, zum Teil auch mal 15, 16 Grad. Es geht unvermindert mild weiter. Und der Blick auf das nächste Wochenende. Es ist wirklich voll Frühling angesagt. Viel Sonnenschein in der Mitte und im Süden. Das Ganze bei 15, 16 Grad. Ansonsten 9 bis 11 Grad und ein paar Wolken nach Norden hin. Und der weitere Wettertrennt. Ich kann es leider nicht ändern. Da ist einfach für alle Winterfreunde nichts zu holen in Sachen Winterwetter. Viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, ich will überhaupt keinen Winter. So kann ich viel Energie sparen. Und da kann man wirklich viel Heizenergie sparen. Sonntag 11 bis 16 Grad. Montag in einer Woche 9 bis 15 Grad. Dienstag danach 6 bis 11 Grad. Dann wieder viele Wolken, zeitweise Regen. Das sehr milde und zeitweise nasse Wetter. Frühlingswetter geht also unvermindert weiter. Der meiste Regen kommt nach Norden runter. 20 bis 30. Teilweise auch 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Etwas weniger hier im Osten und hier im Südwesten und Süden. So 10 bis 20 sind hier möglich bis zum Sonntagabend. Wie geht es nun weiter? Was sagt die allerletzte Wetterkarte? Die haben wir hier für den 27. Februar. Und da sehen wir Höchsttemperaturen auch so bei 1 bis 6 Grad. Zumindest nasskaltes Wetter wäre das mal. Aber auch hier gilt kein Dauerfrost, weder in Osteuropa noch in Westeuropa Richtung Frankreich. Auch hier wieder 10, 11, 12, 13 Grad. Es bleibt dabei, der Winter hat in diesem Februar einen schweren Stand. Ein Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland vom GFS-Modell bis zum 27. Februar. Auch hier das gleiche Spiel. Statt Abkühlung kommt erst mal ein neuer Wärmeberg auf Deutschland zu. Hier auch auf den Norden 10, 11, 12 Grad. Danach gehen die Werte etwas zurück. Das kennen wir schon aus den vergangenen Tagen. Wie gesagt, die Wettermodelle, die wollen es quasi nicht wirklich wahrhaben, dass es so extremst mild ist. Normalerweise müsste es ja deutlich kühler sein für den Februar. Und diese Erfahrungswerte fließen natürlich in die Modellierung nach hinten mit rein. Und deswegen rutschen die Ensembles immer wieder nach unten, wenn man nach hinten weiter reinguckt in die Zukunft. Und das ist völlig normal. Aber je näher man an diesem Zeitpunkt kommt nach hinten, rutscht im Grunde auch die Abkühlung immer raus nach weiter in die nächsten Tage hinein. Wir schauen hier auf die Regenfälle. Auch hier immer wieder nass im Norden des Landes. Im Westen relativ ähnlich. Sehr mild. 10, 11, 12, 13 Grad. Auch hier gilt, die nächsten Tage gibt es überhaupt keine einzelne Ensemble-Prognose, die mal in den Frostbereich geht. Und dazu immer wieder Niederschlagssignale. Im Osten das gleiche Spiel. Extremst mild für die aktuelle Jahreszeit. Auch hinten raus eine leichte Abkühlung nur auf 5, 6, 7, 8 Grad. Das sind auch Temperaturen eigentlich wie im März, eben nicht wie im Februar. Und dazu stellenweise Regen. Und wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier gibt es leider in Sachen Winterwetter nichts zu holen. Wenn man sich die Webcam-Bilder anschaut, von den Alpen bis auf 1000, 1500 Metern, die Bayerische Alpen, da sieht man fast überhaupt keinen Schnee mehr. Nur auf den Pisten ist so ein bisschen was Geschlängeltes beschneit worden. Sonst fast alles grün. Und dazu immer wieder Niederschläge. Und wir schauen die Landesmitte hinein. Auch hier insgesamt sehr mild die nächsten Tage. 10, 11, 12 Grad. Und danach die obligatorische Abkühlungstendenz, die wahrscheinlich aber sich weiter nach hinten verschieben wird. Und dazu fällt zeitweise immer wieder Regen. Ja, und was wurden sie gescholten? Die Langfristwettermodelle ECMWF und CFS, als sie im Sommer sagten, das wird mal wieder ein sehr milder Winter werden. Einige haben groß gelacht Anfang Dezember und Mitte Januar, als es mal kurze kalte Phasen gab. Aber da sagte ich auch schon, auch ein Mildwinter kann es mal eine kalte Phase geben. Hat es gegeben. Und trotzdem ist es ein Mildwinter. Und die Februartemperaturberechnung ist genauso geblieben, wie auch schon im Sommer 2023 ausgegeben. Eher ein milder Februar, ein bis zwei Grad milder als das Klimamittel 1991 bis 2020. Im Südosten sogar zwei bis drei Grad über diesem neuen Klimamittel drüber. Und was machen die Niederschlagsabweichungen? Auch die stimmen bisher schon relativ gut. Es soll ein nasser Februar werden. Auch das haben wir schon erlebt. In vielen Landestahlen ist bisher deutlich mehr Regen gefallen als üblich. Also auch das wahrscheinlich von der Tendenz her gar nicht mal so schlecht beim CFS-Modell. Wobei man klar sagen muss, natürlich die Niederschlagsabweichung, das ist sehr schwer abzuschätzen. Denn der Parameter Niederschlag liegt oftmals auch in der Prognose daneben, weil es der am schwersten zu berechnenden Parameter ist in der Meteorologie. Da hat es die Temperaturabweichung schon etwas leichter in den Berechnungen. Die ist auch treffsicherer. Aber bei den Niederschlagsabweichungen, da kann das auch mal ab und zu mal von Monat zu Monat ganz schön daneben liegen. Das war es erstmal vom Wetter am heutigen Rosenmontag. Mild geht es weiter. Für alle Winterfreunde kann ich leider keine Hoffnungen machen und auch keine Wintermärchenerzählungen anbieten. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald. Und wie sagen wir hier in der Gegend? Hello! Hello!